Willkommen zurück, lasst uns heute mal über ein spezifisches Kundenergebnis sprechen. Ja, das Interview dazu, das wird in Kürze hier auch noch folgen, beziehungsweise wird auf unserer Webseite natürlich dann auch noch folgen, aber heute möchte ich dir mal die Learnings aus dieser Kundenerfahrung mitgeben, denn unser spezifischer Kunde hat es geschafft, in einem Monat mit seinem Online-Shop 53.000 Euro an Umsatz zu generieren. Es ist Umsatz, es ist nicht Gewinn, hier in diesem spezifischen Fall war es eine Marge von etwa, ja, waren about 22, 23 Prozent, wo das Ganze dann sich abgespielt hat und das heißt, du kannst jetzt gleich ausrechnen, wie viele von den 53.000 dann am Ende auch noch hängen geblieben sind. Und heute möchte ich davon berichten, was wir mitgenommen haben auf der Reise zu diesem erfolgreichen E-Commerce-Business und was vor allem die Stellschrauben waren. Jetzt fragst du dich, okay, in welchem Zeitraum ist denn so ein derartiges Ergebnis, zum Beispiel hier bei E-Com-Ventures, realistisch. Also bei uns, unseren Kunden, ist es im Regelfall so, dass du ungefähr so die ersten 1-2 Monate mit beschäftigt bist, erstmal deinen Online-Shop aufzubauen. Das heißt, du findest erstmal ein Produkt, du baust den Online-Shop, du tust die Werbeanzeigen vorbereiten etc. Das ist so der erste Monat, die ersten 4-6 Wochen. So, und dann in den nächsten Monaten, das heißt im zweiten, dritten Monat zum Beispiel, fängt man tatsächlich an, die Werbung dann auch effektiv zu schalten. Was bedeutet, dass man im Regelfall so nach 4-6 Monaten seinen ersten 10.000 Euro Umsatz dann gemacht hat. Und von da aus skaliert man dann natürlich auch weiter. In diesem spezifischen Fall hat es ungefähr 10,5 Monate gedauert, bis wir jetzt bei diesem Ergebnis, bei diesen 53.000 Euro eben angekommen sind. Das ist aber erstmal das Vorgeplänkel, erstmal die Zahlen, Daten, Fakten. Wie ist es zu dem Ergebnis gekommen? Wie schnell kam dieses Ergebnis? Dass du einfach so ein bisschen eine realistische Einschätzung davon hast, wie es zum Beispiel auch bei uns abläuft oder wie es auch für dich ablaufen kann, wenn du jetzt ein eigenes E-Commerce-Business startest, welche Ergebnisse in welchem Zeitraum realistisch sind. Weil das wissen die allerweißen Leute überhaupt nicht. Das heißt, die sagen dann irgendwas mit 400 Euro in einem halben Jahr verdienen oder sie sagen 10 Millionen in vier Monaten verdienen. Und jetzt möchte ich einfach mal so ein bisschen, oder wollte ich dir ein bisschen was Realistisches mit auf den Weg geben. Ja, was waren jetzt die größten Learnings, die daraus gezogen haben? Das erste große Learning, was ich dir damit auch auf den Weg geben möchte, ist, es ist super wichtig, verschiedene sogenannte Creatives zu haben im Bereich, jetzt zum Beispiel, wenn du TikTok-Werbeanzeigen schaltest. Ich habe ja ein Video vor kurzem gemacht, wo ich gesagt habe, hey, TikTok, das ist die neue große Werbeplattform und du solltest auf jeden Fall mit TikTok-Werbeanzeigen starten, weil es eine riesengroße Chance ist und noch sehr, sehr wenige Werbetreibende auf der Plattform sind, sehr viele Benutzer, die auch kaufkräftig sind und die auch deine Produkte kaufen werden. Das Ganze nicht wie bei Facebook ist, wo man gerade das 5- oder 6-fache an den Werbepreisen hat, wie zum Beispiel man bei TikTok hat. Das heißt, TikTok hat eine große Chance, aber du brauchst bei TikTok eben mehrere von diesen sogenannten Creatives. Creatives, was sind genau Creatives? Creatives sind die Werbeanzeigen, die du letztendlich an die Benutzer ausspielst. Das heißt, du hast einerseits natürlich die Strategieseite, wenn du jetzt so eine Werbeanzeige erstellst. Das heißt, welche Häkchen stellst du da genau an, wie sind die Einstellungen so von dieser Werbekampagne und andererseits, wie die Werbeanzeige an sich selbst aussieht. Das heißt, wie ist dieses Video aufgebaut, wie ist das verkaufsphilogisch zum Beispiel aufgebaut. Und es ist sinnvoll, damit man langfristig und auch auf größere Level skaliert, dass man immer mit mehreren sogenannten Werbezeigen oder Creatives arbeitet. Das heißt, dass man verschiedene Werbevideos immer im Umlauf hat. Die muss man auch nicht selber aufnehmen. So etwas kann man für echt kleines Geld inzwischen outsourcen. Muss jetzt nicht selber hergehen und welche Videos schneiden oder sowas. Das wäre auch total Banane. Das heißt, es ist super sinnvoll, mehrere von denen parallel laufen zu haben beziehungsweise nacheinander auch laufen zu haben. Da hast du immer verschiedene Möglichkeiten von den Sachen, die laufen. Das kann dann sein, dass du denkst, du hast ein super tolles Werbevideo und dann lässt du ein anderes Werbevideo, schickst du dann auch mit ins Rennen und merkst, dass das zum Beispiel viel bessere Resultate bringt. Du kannst zum Beispiel auch nach Zielgruppen abgeänderte Creatives oder Werbeanzeigen haben. Das heißt, du könntest zum Beispiel für eine Zielgruppe, die sich für Elektronik interessiert, ein anderes Werbeanzeigen, ein anderes Creative haben, als für jemand, der sich im Bereich jetzt Auto interessiert, auch wenn das Produkt quasi beide Personengruppen, Zielgruppen ansprechen würde. Das heißt, es ist super sinnvoll und auch super relevant, dass du wirklich langfristig mehrere verschiedene Creatives austest und dich nie auf einer Sache ausruhst. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Sache, die man machen kann, dass man eine Werbeanzeige gefunden hat und dann halt sagt, okay, jetzt läuft, ich lehne mich jetzt zurück und dann je weiter irgendwas Neues testet. Weil es ist immer so, dass Werbeanzeigen ja irgendwann mal so ein bisschen ausbrennen. Ein Produkt an sich, das lässt sich teilweise über Jahre verkaufen, aber es kann sein, dass Werbeanzeigen immer ausbrennen, weil sie ja dann so viele Leute inzwischen gesehen haben. Du musst überlegen, wenn du ein Business hast, was sechs- und siebenstellige Umsätze im Monat hat, dann gibst du auch einiges für Werbung aus. Das heißt, viele Leute sehen deine Werbeanzeige und die haben die dann vielleicht schon zwei, drei, vier Mal gesehen und die wollen dann irgendwann mal nach einem halben oder nach einem Jahr, je nachdem, nach zwei Jahren, dann einfach was Neues sehen. Die lassen sich nicht mehr catchen durch das, was du dir schon fünf Mal vorgelegt hast. Das heißt, es ist super sinnvoll, immer langfristig verschiedene Werbeanzeigen im Umlauf zu haben. Ein zweites großes Learning ist, arbeite immer mit sogenannten Upsells. Was sind genau Upsells? Upsells sind ein Tool, um den durchschnittlichen Warenkorbwert zu erhöhen. Das bedeutet das genau. Wenn jetzt jemand bei dir einkauft, einmal für 39,99 Euro, dann könntest du dir zum Beispiel noch ein Produkt anbieten oder für 59,99 Euro, was zu seiner Bestellung passt. Zum Beispiel könntest du jetzt eine Kettensäge verkaufen und könntest dazu immer eine Schutzbrille oder Handschuhe anbieten. Du könntest im Bereich Beauty zum Beispiel, weiß ich, noch irgendwas dazu anbieten. Im Bereich jetzt zum Beispiel irgendwelche zusätzlichen Kosmetiktüche oder was auch immer. Das heißt, einfach kreative Upsells, die zu dem Produkt passen und die so ein bisschen ein No-Brainer-Angebot sind. Das heißt zum Beispiel zu der Kettensäge für 89,99 Euro. Komm, da hat immer doch ein Punchbowl für 5,99 Euro mit oder für 9,99 Euro. Das sind dann Sachen, die dich relativ wenig dann im Einkauf kosten, aber wo du halt hintenrum einfach nochmal einen zusätzlichen Gewinn machst. Weil es geht darum, einfach diesen durchschnittlichen Warenkorbwert so hoch wie möglich zu halten. Das bedeutet, je mehr die Leute einkaufen bei dir im Shop, umso besser ist es. Jetzt ist es oft mal so, wenn wir Werbung schalten, zum Beispiel auf TikTok, dann kommen die Leute wegen genau diesem einen Produkt. Das heißt, du schickst die jetzt nicht auf irgendeine Shop-Seite und hoffst dann, dass sie möglichst viel einkaufen, sondern sie kommen wegen diesem Produkt. Und deswegen ist es super sinnvoll, mit diesem sogenannten Upsell zu arbeiten, damit du möglichst viele Leute dazu bringst, noch mehr Geld eben bei dir auszugeben. Das kann zum Beispiel auch mit einem beschleunigten Versand oder einem schnelleren Versand funktionieren. Dass du Leute sagst, hey, ich habe eine beschleunigte Bearbeitung, dass man das Produkt schneller bekommt als alle anderen. Das kostet auch mal 6, 5 oder 6 Euro extra. Das sind alles so kleine Hacks, die man quasi einsetzen kann, damit Leute einfach dazugebracht werden, mehr Geld im Onlineshop auszugeben. Weil oftmals können die diese 6 Euro halt extrem viel Marge noch einbringen. Das heißt, wo du jetzt vielleicht aktuell eine Marge von 8 bis 10 Euro hast, machst du nochmal 6 oder 7 Euro und top. Und das zum Beispiel für jede dritte oder vierte Bestellung oder jede zweite im besten Fall. Und so kannst du wirklich massiv viel Geld rausholen. Deswegen ist es super sinnvoll, sich immer zu überlegen, was ist denn so ein No-Brainer-Deal? Was kann man immer im Bereich von 5 bis 10 Euro immer noch quasi mitnehmen? Was ist so ein Produkt? Und das lässt sich einfach noch schnell kaufen. Das kennst du auch als Quengel-Ware zum Beispiel in der Kasse, wenn man sagt, ach komm, 99 Cent, das kaufe ich jetzt einfach noch. Und wenn du sowas gefunden hast, super lukrativ und auch super sinnvoll. Und eine weitere Sache, die wir dann gemacht haben, ist, weitere Produkte zu addieren. Das hört sich hier wirklich komplett banal an. Aber du musst dir belegen, es ist immer sinnvoll, einen sogenannten Nischen-Shop aufzubauen. Das bedeutet, du baust jetzt nicht einen Online-Shop auf, wo du ganz, ganz viele Produkte drin hast und wo am Ende dann der Kunde selber so raussuchen muss, wie so im Euro-Laden so, ja, was will ich jetzt kaufen und was nicht. Was so ein bisschen von allem gibt es. Und du hast immer eine klare Nische. Und innerhalb dieser Nische bleibst du auch. Das heißt, du machst zum Beispiel einen Shop im Bereich Home, dann hast du Beauty, dann hast du Gadgets, was auch immer. Ja, alles, was du jetzt gerade vorstellen kannst. Ich hatte zu spitzen Zeiten dann auch 10, 11 Shops wirklich parallel laufen in verschiedenen Nischen. Das immer sinnvoll ist, weil du dann, wie gesagt, sprechst du öfters hier an auf dem Kanal, wo eine Marke langfristig aufbauen kannst. Und dann musst du halt überlegen, welche sinnvollen Produkte kann ich noch addieren. Weil ich sehe häufig diesen Fehler bei Leuten, dass sie einen Shop starten mit entweder zu vielen oder zu wenigen Produkten. Das heißt, sie machen dann ein Produkt rein, was in der Regel zu wenig ist. Oder sie machen dann zu viele Produkte rein. Das heißt, die fangen ja mit 100 oder 1000 Produkten an und haben dann keine Übersichtlichkeit mehr, was soll ich machen und was soll ich nicht machen. Das heißt, wir haben wirklich Wert darauf gelegt, nochmal ein zusätzliches Produkt hinzuzufügen, was auch wirklich diesen Kriterien und Standards entspricht. Dass wir dieses gewisse Wow-Produkt haben, dass wir diesen gewissen Problemlöserfaktor haben, dass wir wirklich was haben, was einfach sinnvoll ist. Und was sich dann zu diesem Produkt quasi, was ursprünglich als erstes gekauft wird, von Kunden einfach noch gut dazu passt. Ähnlich wie beim Upsell, wo ich sage, hey, zu dem Produkt passt jetzt zum Beispiel noch der Handschuh. In diesem spezifischen Beispiel könnte ich jetzt mal noch ein zweites Produkt hinterher verkaufen, in dem man sagt, das ist was, was du auch noch brauchst. Was jetzt aber nicht so ein No-Brainer-Deal ist, wie ein Handschuh oder sowas, was auch nicht so klein und universell ist, was es praktisch überall geben würde. Sondern auch einfach was, was halt eine sinnvolle Addition wäre zu dem Produkt. Und dann kannst du nämlich hergehen und kannst die Leute mit Newsletter-Marketing dazu bringen, dieses Produkt dann zu kaufen. Und jetzt fängt ja erst das Interessante an. Weil wir haben jetzt einen Kunden gewonnen. Wir haben einmal Geld für den ausgegeben, zum Beispiel bei TikTok, für die Werbeanzeige. Und jetzt haben wir ihn dazu gebracht, jetzt nicht nur einmal was zu kaufen, sondern wir bringen ihn dazu, um ein zweites Mal was zu kaufen. Das funktioniert natürlich nicht immer und das funktioniert auch nur, wenn die Kunden dann zufrieden sind, was sie im Regelfall ja bei dir sein sollten. Aber nicht jeder Kunde kauft eben noch ein zweites Mal, muss das Produkt dann schon benutzen. Aber es lohnt sich eben, weil es lohnt sich, die Kosten für den Newsletter rauszusenden, sind extrem gering. Und wenn man den verkaufspsychologisch richtig optimiert, wird er oftmals gelesen und viele Leute fühlen sich dann zum Beispiel mit dem Coupon-Code oder dem Rabatt-Code noch mal dazu animiert, noch ein zweites Mal was bei dir zu kaufen. Und dann hast du da natürlich den Jackpot gefunden, weil du hast im besten Fall mal hier 5, 6 Euro ausgegeben, dass jemand überhaupt auf den Shop kommt, beziehungsweise dass jemand kauft bei dir, 5, 6 Euro für den Kauf gezahlt. Dann hast du einmal Umsatz gemacht, du hast vielleicht noch einen Upsell, die Person hat die noch gekauft, dann hast du ja noch Handschuhe mitgenommen, beschleunigt den Versand. Und sie kam dann noch mal zurück nach 2, 3 Monaten und hat noch ein zusätzliches Produkt, bei dem gekauft, was sinnvoll ist, zum Beispiel Addition ist und einfach was sich noch ergibt und einfach zu deiner Marke im Insgesamten natürlich auch passt. Und so kannst du diese Werte alle aufs Maximale holen, weil es ist ein total unterschätzter Faktor und das machen auch viele von den Schrott-Chipern gar nicht, die so kurzfristig 6, 8 Monaten Shop betreiben, dass sie mal Kunden zurückholen und noch mal zum Kaufen bringen. Das machen viele nicht. Die machen sich im Gedanken darüber, wie kann ich denn Neukunden die ganze Zeit akquirieren? Das, was wir bei uns ja bei e-Conventus auch machen, wir holen, wenn wir Kunden haben, dann wollen wir mit denen langfristig zusammenarbeiten. Das heißt, wir wollen jetzt nicht, dass ein Kunde bei uns ein Training bucht oder sowas, dann, weiß ich nicht, mit uns 6 Monate zusammenarbeitet, sondern im besten Fall, wenn wir mehrere Jahre mit dieser Person zusammenarbeiten, sondern dass die wirklich langfristig bei uns auch Kunde dabei bleibt und sagt, hey, cool, ich feiere das Training, ich bleibe langfristig dabei. Und so musst du das im Online-Shop auch machen, weil deine Bestandskunden, die vertrauen dir ja schon, die haben schon mal was gekauft bei dir, die wissen, hey, das Produkt, das war geil, so, das hat mir gut gefallen. Und dann ist es super simpel, denen einfach nochmal was zu verkaufen und zu sagen, hey, guck mal, dir hat doch das erste Produkt schon gefallen, kauf doch nochmal das Zweites an. Das heißt, super wichtig, kümmere dich da drum, kümmere dich aber da drum erst, wenn du so ungefähr 20.000 bis 30.000 Euro Umsatz jeden Monat machst. Das war eine zusätzliche Addition, die wir dann eingefügt haben und die wir auch nicht von Anfang an gemacht haben. Weil es ergibt jetzt nicht Sinn, wenn du in der ersten 20 Bestellung hast, denen schon ein Newsletter rauszuschicken und zu sagen, hey, kauf doch das nächste Produkt, weil da wirst du keine messbaren Resultate sehen. Es ist halt sinnvoll, das zu machen, wenn du auch schon einen gewissen Umsatz gemacht hast und wenn du auch Kunden hast, wo du mal an 500.000 Kunden sowas rausschicken kannst und da wirklich über mehrere Monate zum Beispiel schon einen guten Umsatz gemacht hast, sodass du auch wirklich eine Messbarkeit hast von dieser E-Mail-Kampagne und die natürlich dann auch vernünftig aufzusetzen. Wenn du jetzt gerne auch selber solche Resultate sehen würdest im Bereich Dropshipping oder E-Commerce, dann melde dich einfach bei uns, lass uns einfach miteinander sprechen auf econventures.de für ein vollkommen kostenloses Erstgespräch, wenn wir gemeinsam auch mal deine Situation analysieren und auch mal schauen, wie du es schaffen kannst, selber dir jetzt ein hochprofitables E-Commerce-Business vielleicht sogar noch für das Q4 jetzt hier aufzubauen und davon natürlich auch langfristig zu profitieren. Bis dahin, hören wir uns hier im nächsten Video. Dein Jonathan.